herzlich willkommen zum motor blog es ist der 24 dezember das ist weihnachten heiligabend steht an und ich drehe meine weihnachtsmann runde wie ich das jedes jahr gerne tue einmal zum torfhaus und zum abschluss dann noch mal hallo und zum abschluss dann noch mal eine runde durch die stadt ich glaube ich habe gar nicht so viel zu erzählen heute aber ich nehme dich einfach gerne mal mit mal gucken was wir so sehen es ist der 24 12 2019 wo haben wir beschleicht das visier und ich bin auf meiner weihnachtsrunde ich fahre am 24 12 einmal hallo deswegen mache ich das genau deswegen mache ich das jedes jahr ich laufe nicht gegen die wand ich fahre einmal zum torfhaus treffe dort andere meinesgleichen hätte ich fast gesagt und im anschluss drehe ich noch eine kleine stadtrunde um einfach ja die menschen weiß ich nicht in der umgebung der freude zu machen genau so was zum beispiel ich mache das gerne ich mag das so wie wir unsere plüscherunde drehen drehe ich meine weihnachtsmann runde und habe bei der gelegenheit auch die chance so ein bisschen die chance dann auf 2019 zurück zu blicken oder auf das aktuelle jahr dann halt jedes mal 2019 denke ich ein gutes jahr also ich weiß gar nicht warum manchmal so schlechte laut sein können zu weihnachten das ist für mich nicht begreifbar aber das wetter ist gut hi deswegen mache ich das deswegen mache ich das ja ich habe heute gar nicht so viel zu erzählen glaube ich was war was war denn dein highlight 2019 würde mich sehr interessieren ich weiß dass ich ja dieses jahr über 200 abonnenten auf diesem kanal gewonnen habe oder erreicht habe das ist eine wahnsinnszahl und ich freue mich da total drüber mich interessiert wer dahinter steckt wer seid ihr wer bist du ja was jetzt was war dein highlight 2019 schreib es mir gerne in die kommentare ich möchte es gerne lesen und nicht mit dir freuen es ist cool ich mag das so im harz regnet es übrigens ist es alles nass aber vor kurzem noch vor kurzem da wo letztens noch schnee lag da wo letztens noch schnee lag ich kann das jetzt mal einblenden vielleicht wenn ich die dateien finde da ist dies ja alles ja grau nicht ganz so schön ja hallo das ist ja auch cool da gibt es mehrere Das ist ja geil, ich dachte ich bin alleine, grüß dich! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020